Erich Gleixner, genannt Spitze, war ein deutscher Fußballspieler. Als Mitglied der deutschen Amateur-Nationalmannschaft nahm er an den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki teil. Laufbahn Während des Zweiten Weltkriegs gehörte Gleixner zu den Stützen des BCHT in der Gauliga Sachsen-Chemnitz. An der Seite von Nationalspieler Erich Hähnel bestritt er mit dem Kleinstadtclub in der Nähe von Chemnitz Spiele in der damals höchsten Klasse. Durch den Zweiten Weltkrieg verlor das Fußballtalent, wie so viele Angehörige seines Alters, die besten Jahre als Sportler. Nach dem Krieg spielte er für eine kurze Zeit 1945, 46. in seiner Geburtsstadt Burgstädt. Über SG Harter kam er schließlich 1947 zum VfL Osnabrück. Gemeinsam mit Karl-Heinz Gemlich war er von Trainer Kurt Schmidt zu diesem Wechsel überredet worden. Sein erstes Punktspiel für den VfL Osnabrück bestritt Erich Gleixner am 11. Mai 1947 im die Meisterschaft der Oberliga Niedersachsen-Nord entscheidenden Spiel bei Werder Bremen. Die Hanseaten gewannen mit 4 zu 3 Toren und holten den inoffiziellen Titel des ersten Nordmeisters. Gleixner wurde in Osnabrück gleich Stammspieler, seine Position war zumeist die des linken Außenläufers. Und er zielte in seiner ersten Oberliga-Saison 8 Tore. Gemeinsam mit Karl-Heinz Gemlich beherrschte der herausragende Techniker das Mittelfeldspiel des VfL. In der Runde 1948-49 still rangierte das Team von der Bremer Brücke mit einem Punktrückstand hinter den punktgleichen Hamburger SV und FC Sankt Pauli auf dem dritten Platz der Abschlusstabelle. Wochenlang hatte die Mannschaft um Sturmführer Adolf Vetter die Tabelle angeführt. Mit den zwei in Folge erlittenen Niederlagen gegen Sankt Pauli und dem Hamburger SV, jeweils ohne einen eigenen Treffer, wurde in der 12er Staffel mit 31 zu 13 Punkten die Meisterschaftsentscheidung verpasst. Nach der 2 zu 3 Heimniederlage am 3. April 1949 gegen Arminia Hannover zogen Sankt Pauli und der HSV auf der Zielgeraden am VfL vorbei. Erich Gleixner hatte alle 22 Spiele bestritten und dabei 5 Tore beigesteuert. Mit Beginn der Vertragsspielerzeit in der Saison 1949-50 war der Ex-Kieler Herbert Wiedmeier Trainer in Osnabrück. Nach schwachem Start, der Trainer zog deshalb sogar für ein Spiel nochmals die Fußballstiefel an. Wurde noch der dritte Rang belegt und damit der Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft 1950 erreicht. Gleixner war in 27 Spielen mit drei Toren dabei. Adi Vetter holte zum dritten Mal die Torschützenkrone in der Oberliga Nord. In der Vorrunde traf die Mannschaft mit der Läuferei gemlich Friedel, Schimmel, Meier und Gleixner am 21. Mai 1950 im Müngersdorfer Stadion in Köln auf den VfB Stuttgart. Nach einer frühen 1 zu 0 Führung durch Vetter in der fünften Spielminute entschied Beitinger in der 83. Minute mit dem 2 zu 1 Siegtreffer das Spiel für die Mannschaft von Trainer Georg Wurzer. Die Süddeutschen holten am 25. Juni die Deutsche Meisterschaft mit einem 2 zu 1 Erfolg gegen die Offenbacher Kickers nach Stuttgart. Die erfolgreichste Runde erlebte Erich Gleixner im Spieljahr 1951, 52 still. Zuerst errang er mit dem VfL in der Oberliga Nord die Wizenmeisterschaft. In der Verbandsrunde bestritt er zumeist in der Läuferreihe zusammen mit gemlich und stopper Walter Komorowski 27 Ligaeinsätze. Er erlebte den im Februar 1952 durch den neuen Präsidenten Friedl Schwarze vollzogenen Trainerwechsel von Rudolf Prokof hin zu Harry Hemmo. Die Oberaufsicht hatte der ehemalige Reichsbund Sportlehrer und Trainer der Gartlager 11 Walter Holstein. In der Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft 1952 hatte es der VfL mit dem VfB Stuttgart, RW Essen und Tennis Borussia Berlin zu tun. Zu den ersten zwei Heimspielen am 27. April und 11. Mai pilgerten 60.000 Zuschauer zur Bremer Brücke. Zusammen mit Gemlich und Hans Haferkamp versorgte der Techniker aus dem linken Mittelfeld die torgefährlichen Ötty, Meier und Adi Vetter mit Vorlagen. Durch die drei Niederlagen in den Auswärtsspielen verpasste man den Einzug in das Finale. Stuttgart gewann am 22. Juni das Endspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Persönlich war die Berufung in die neu gebildete Amateur-Nationalmannschaft im Jahr 1952 der dritte Höhepunkt für Erich Gleixner. Drei Tage nach dem 3 zu 2 Heimsieg in der Endrunde gegen RW Essen stand er im Debütspiel der Amateur-Nationalmannschaft am 14. Mai 1952 in Düsseldorf gegen Großbritannien auf dem Platz. Mit Kurt Sommerlatt und Herbert Jäger bildete er beim 2 zu 1 Sieg die Läufereihe. Bei den Olympischen Spielen in Finnland kam er am 20. Juli gegen Ägypten und am 29. Juli gegen Jugoslawien zum Einsatz. Der im Olympiaturnier errungene vierte Platz war durch die ungleichen Bedingungen als äußerst positiv zu bewerten. Ende der Spielerkarriere beim VfL Osnabrück 1956. Am 24. Juni 1956 wurde Erich Gleixner gemeinsam mit Hannes Haferkamp vor dem 2 zu 0 Sieg des VfL gegen die SP VGG Fürth an der Bremer Brücke offiziell verabschiedet. Von 1947 bis 1956 hatte er in der Oberliga Nord 210-Punktspiele mit 25 Toren absolviert. Anschließend verstärkte der 3-6-J-Jährige zunächst die VfL-Amateure und verhalfe dieser Mannschaft gemeinsam mit Hannes Haferkamp zum Aufstieg in die Verbandsliga. Zuletzt trug er 1958 59. noch 13 Mal das Trikot von Eintracht Osnabrück in der Amateur-Oberliga. Später betätigte sich Gleixner als Trainer beim BV Quackenbrück. Auswahlspiele Ehrungen Erich Gleixner trug 20 Mal das Trikot Niedersachsens und stand sechs Mal in der Auswahl von Norddeutschland. Mit dem Norden absolvierte er zwei Repräsentativspiele am 17. Oktober 1948 in Nürnberg gegen Süddeutschland und am 14. Mai 1950 in Köln gegen Westdeutschland. Beim 4 zu 3 Erfolg von Norddeutschland in Köln spielte die komplette Läuferreihe des VfL Osnabrück mit Gleixner, Meier und Haferkamp. Vom niedersächsischen Fußballverband wurde er mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Außerhalb des Spielfeldes Als Chef eines Osnabrückers Sporthauses verdiente er sich seinen Lebensunterhalt.